Hallo Leute, ich spiele jetzt weiter den Fußballmanager. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde mich über ein Liken, Kommentaren, ein Abo freuen. Vielen Dank. 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 Es steht hier 2 zu 1 und ich glaube das geht noch in Ordnung. Vielen Dank. 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 Tom Sebastian. Was glaubst du ist die Gastmannschaft heute wieder klarer Favorit? Ja Tom das ist schwer zu sagen. Ich glaube dass sie heute versuchen werden ihren Fans ein Spektakel zu liefern und vielleicht bauen sie auch darauf dass die Gäste sie unterschätzen. Davon gehe ich allerdings nicht aus. Ja Beine mit letztem Einsatz in Richtung Ball und beide haben sich gut verloren. Ja und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen. Kann er die Möglichkeit nutzen? Wetter flanken. Ja wenn er den Ball jetzt noch aufs Tor ziehen kann dann wird es erst recht gefährlich. Leicht fertiger Ballverlust in der eigenen Hälfte. Ja gut gespielt vom Verteidiger. Ja und sie machen gleich Druck und haben sich früh einen Eckball erkämpft. Ja da freut man sich als Torhüter wenn man so einen Eckball serviert bekommt. Gut gemacht vom Keeper. Ja der hat das Talent. Der hat die Technik. Nutze die Chance. Im letzten Augenblick noch so eben geklärt. Ja und das kann er. Ja und das kann er. Die Beste spielen. Aus dem Fußgelenk. Klasse Pass. Oh da haben sie Glück gehabt hinten in der Abwehr. Achtung jetzt brennt's. Ja was hat er sich dabei gedacht. Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja da hat er sich verletzt bei dieser Aktion. Der Schiedsrichter sieht das auch so und zeigt rot. Klare Entscheidung. So kurz geklärt. Und schon den Gegenangriff eingeleitet. So das gibt Eckball. Das ist eine Möglichkeit. Ja der Eckball muss viel schärfer kommen. So ist das ganze natürlich überhaupt kein Problem für den Torwart. Ja und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Gut gesehen. So die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Und jetzt muss er schießen. Weltklasse. Unglaublich toll. Erstklassig. Ein fantastisches Tor. Mensch was für den Einstand für den neuen Mann. Gleich im ersten Spiel ein Tor. Souverän geklärt. Jetzt ist er fast durch. Hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich. Und der Keeper kommt vor ihm an den Ball. Und weg mit dem Ball deckt sich der Torwart. Ja und jetzt spielt sie mit viel Druck nach vorne. Ja und der 5. schiebt sich das erfolgt hier völlig zurecht. Es gibt Freistoß. Ja und die Mauer ist goldrichtig postiert. Ecke. Ja da spielt er den Eckball genau in die Hände des Torhüters. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Und klasse wie er den Ball in die Spitze spielt. Mensch ist der Torhüter heute gut drauf. Hat schon so viele Chancen vereitelt. Also die Führung ist bis jetzt nur ihm zu verdanken. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Gute Partie, gutes Niveau in dieser ersten Halbzeit. Und man kann den Sieger schwer vorhersagen. So ein Torhüter und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Oh jetzt wird es nochmal richtig dramatisch. Ja das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Was hatte der schon für Chancen heute. Hut ab vor dem Spieler. Hat nicht aufgegeben. Und jetzt hat er das Tor erzielt. Ja das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja für solch eine Aktion kann man eventuell sogar noch die rote Karte zeigen. Da hat er Glück gehabt. Sieht nur gelb. So beide Mannschaften haben je ein Tor erzielt. Und dann steht es logischerweise zur Pause 1 zu 1. Na das war doch eine muntere erste Halbzeit meine Damen und Herren. Schade nur, dass sich im Eifer des Gefechts so viele Spieler verletzt haben. Ich hoffe das! Ich hoffe das! Ich habe alles noch einig! Ich freue mich! Ich freue mich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Genau in den Winkel dieser Elfmeter. Überhaupt keine Chance für den Torhüter. Und der Ball läuft wie an der Schnur gezogen durch die eigenen Reihen. Mühe los fängt der Keeper diese Flanke ab. Das müsste jetzt die Möglichkeit sein. Sieh ab, Junge! Und die Situation haben wir ja heute schon reichlich gesehen. Und jetzt fällt noch ein Tor. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenhaus. So, das war schon sein zweiter Streich heute. Und wir sind gespannt, ob er heute nochmal zuschlagen kann. Achtung, genau in den Lauf. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Gar kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Uh, mein lieber Mann, was für ein Zweikampf. So, den muss er jetzt verwandeln. Und sie haben den Ball hinten aus dem 16er geklärt. Und was für eine klasse Tat. Endlich mal eine gute Parade des Torhüters. Hoffentlich baut ihn dieser Erfolg wieder auf. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Genau so stellen wir uns das vor. So, und jetzt muss er schießen. Unglaublicher Reflex vom Kiefer. Ja, der hat ja nicht mal versucht, den Ball zu spielen. Klar, Elfmeter. Also, wie die da hinten rumlaufen in der Verteidigung, da müssen dem Trainer die Haare zum Bergen stecken. Und er scheitert, nicht verwandelt. Und jetzt heißt es, Zurückmarsch, Marsch, ab ins Eignen. Da sieht man mal, was eine gute Abwehr. Ja, ganz souverän, ganz locker rausgespielt, der Erfolg. Und mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Resultat können sie mehr als zufrieden sein. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist einfach super, dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Also wenn die Flanke so dicht vor das Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Der Ball ist im Tor aus, logische Folge, Abstoß. So, mindestens eine Auswechslung steht mir vor, das scheint so gut festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm. Bereiten sich auf einen Einsatz vor. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab. Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds. Und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Das ist doch ein kläglicher Reingabe. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Jetzt komm, jetzt komm, den muss er doch eigentlich verwandeln. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Treffling. So, der Verteidiger hat sich den Ball geschnappt. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Gut gesehen. Und der Schiedsichter erkennt auf Abseitsstellung. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aussehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Gut Backup weitergeleitet. So haben sie das im Training geübt. Mein lieber Mann, da hat die Abwehr aber Glück gehabt. Der war schon auf und davon, aber auf Abseits entschieden. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. Und damit ist das Kontingent erschöpft. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Er zieht sie hinein. Und er geht rein. Und jetzt sind natürlich die Fans außer Rand und Wand. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blenden. Das ist das Tor des Monats. Mensch, was für ein Einstand für den neuen Mann. Gleich im ersten Spiel ein Tor. So, damit 5 zu 1 das Ergebnis. Ein ziemlich einseitiges Spiel ist zu Ende. So, damit geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Freistoß. Wenn man das Foul in der Zeit nur besieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zücken müssen. Ja, und da könnte sich jetzt eine Möglichkeit ergeben. Er wählt die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Ja, Foul, aber der Schiedsrichter gibt wohl keine gelbe Karte. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer, und damit ist das Kontingent erschöpft. Schön per Kopf weitergeleitet. Das ist eine gute Kontergelegenheit. Und jetzt spielen sie die Abwehr schwindelig. Präzise gespielt. Achtung, jetzt brennt's. Ja, und mit dem Schuss, da kann er den Torwart wirklich nicht in Verlegenheit bringen. Ja, was hat er sich bei diesem Schuss gedacht? Um Himmels Willen. Das hätte doch der Ausgleich sein müssen. Ein perfekter weiter Ball. Was für ein Tor. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ich fass es nicht, ich fass es nicht. Der Torhüter ist der Torschütze. War bei dieser Ecke mit nach vorne gekommen und haut das Ding jetzt rein. Unglaublich. Und jetzt sieht's so aus, als dürften alle mal. Tor. Erst Klassik, ein fantastisches Tor. Die Chance erkannt und sofort reagiert und das Tor gemacht. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Riesenmöglichkeit. Der passt. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Und da macht er sein drittes Tor in einem Pokalfinale. Unglaublich, unfassbar. Ah, wieder so eine tolle Abwehrleistung. Die sind heute einfach perfekt organisiert. Jetzt hat er den Platz. An die Latte. Und da ist noch alles drin. Gut, wie er den mit der Brust mitgenommen hat. Und mit den Fingerspitzen wird er den Wartel eben noch ab. Und das war an. Und da ist der Schlusspfiff. Auf das Hinspiel haben sie gewonnen. Und das könnte ja vielleicht schon eine Vorentscheidung sein in Bezug auf das Rückspiel. Bis zum nächsten Mal. 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 Schiedsrichter, Bis zum nächsten Mal. 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 unter Druck setzt, dann erobert man auch blitzschnell den Ball. Ja gut, wie sie sich auf dem Spielfeld verschieben, den Gegner ins Abseits stellen. Auch wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden, stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits. Ja, erstmal raus aus dem Gefahrenbereich und dann in die Offensive. Breistos. Gut aufgepasst vom Torwart. Ist immer wichtig, wenn der Keeper mitspielt. Oh, das könnte Abseits gewesen sein, müssen wir uns nochmal anschauen. Genau richtig gesehen. Ja, und so setzt man natürlich die Abwehr arg unter Druck. Guter Kopfball. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Sieht gut aus. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ja, und hier die klare Entscheidung. Abstoß. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Er wird vom Ball getrennt. Achtung, jetzt brennt's. Ja, und wenn sie es dem Abwehrspieler so leicht machen. Bitte. Schon hat er wieder den Ball. Schöner Pass. Oh, das sieht gar nicht gut aus für die Verteidigung. Nach vorne geklärt. Ein Angreifer war zuletzt am Ball. Deswegen Abstoß. Er konnte flanken. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Und er passt den Ball weit nach vorne. Jetzt ist er fast durch. Hat nur noch... Und das müsste jetzt den Treffer geben. Und jetzt hat er hier die Chance. Der passt perfekt. Wahnsinn! Was für ein tolles Tor! Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch. So wie in dieser Situation. Und quasi mit dem Halbzeitpfiff gelingt ihnen hier das erste Tor. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Oh, klasse, wie er den Ball da mit der Brust annimmt. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Schuss! Und er bleibt in der gegnerischen Abwehr. Der Ball geht ins Tor aus. Ecke. Ja, die Zuschauer haben bislang erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1 zu 0. Und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Mal hits's. Alls. 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 So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Alle Achtung, klasse Leistung des Verteidigers. Vom Pfosten zurück ins Feld. Der passt genau. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, dass er jetzt endlich, endlich erzielt hat. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Ja, so leichtfertig darf man sich hinten im Abwehrbereich nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Klasse, wie er den spielt. Genau so stellen wir uns das vor. Jetzt hat er den Ball, der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Der Ball ist im Tor aus, Ecke. Und so muss es sein. Gute Faustabwehr, raus mit dem Ball aus dem Strafraum. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhr. Weit nach vorne geschlagen. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Ja, und das ist schon klasse, wie er das macht. Ja, den kann er nicht festhalten. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. Und damit ist das Kontingent erschöpft. Und jetzt müsste sich aus der Situation eigentlich was entwickeln. Herrlich platziert. Da hält es natürlich keinen mehr auf dem Sitzen. Was für ein Tor. Und wie machen wir es jetzt? Knappe Führung, aber ist das jetzt richtig, schon auf die Defensive zu setzen? Ja, ein schöner Pass. Und jetzt hat er die Räume, das kann man jetzt kommen, den muss er doch eigentlich verlandeln. Und der passt genau in den Knick. Ja, der hat er den Gegner auf den falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerrubt hat. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Jetzt müsste er flanken. Anspielstationen sind da. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Guter Spielzug. Riesenmöglichkeit. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. So, jetzt wird es gefährlich. Ja, das sieht gut aus, diese Flanke. Ja, und das ist doch die Erlösung für die Zuschauer hier, dass jetzt dieses Tor gefallen ist. Unglaublich. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. So, und jetzt haben die mal so richtig Spaß da unten auf dem Feld. Ja, das sieht gut aus. Es werden drei Minuten nachgespielt. Ja, das sieht man gleich. Der hat das Auge für den Mitspieler. Ja, alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Der hat technisch sauber sein Kopfballspiel. Tja, das sah nicht so gut aus, aber bitteschön, Hauptsache der Ball ist erstmal weg. Und damit sind sie eine Runde weiter. Und das war eine klasse Leistung der gesamten Mannschaft. Und damit sind sie eine Runde weiter. Und damit sind sie eine Runde weiter. Und damit sind sie eine Runde weiter. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. 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 aber einen komfortablen Vorsprung. Und das sieht gefährlich aus. Und der Ball ist schnell aus der Gefahrenzone wieder raus. Das ist überhaupt kein Problem für den Töter, das war ein ganz starker Mann. Und ganz sicher das Zuspiel. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Schön mit dem Kopf. Und das ist ja nicht zu fassen. Alle drei Rundparteien scheinen dieses brutale Foul nicht gesehen zu haben. Und für solch eine Attacke kann man auch schon mal rot sehen. Da hat er Glück gehabt. Er kommt mit der gelben Karte davon. Was für ein Reflex, da hat er einfach nur irgendwie die Fingerspitzen noch an den Ball gebracht. Viel zu ungenau, der Kopf war. Ja, da hätten sie ihre Führung natürlich weiter ausbauen können, aber das war bestimmt nicht die letzte Chance in dieser Partie. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Und er schiebt sich da, er erkennt auf Abseitsstellung. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Los, Schießjunge! Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation gekehrt. Da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, knapp im Abseits. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Trauen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Ja bitte, warum sollen wir es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Das war ein richtiger Zuckerpass. Hat nur noch den Zieh ab, Junge. Das ist es. Und hier wackeln die Tribünen. Wahnsinn, was jetzt hier los ist. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans noch gewartet auf so ein schönes Tor. Ja, gut, jetzt haben die mal so richtig Spaß da unten auf dem Feld. So, mindestens eine Auswechslung steht mir vor. Das scheint so gut festzustehen, denn wenn die Spieler sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv waren, bereiten sie sich auf einen Einsatz für. Ja, und dafür hat er das Auge klasse gespielt. Also über mangelnde Beschäftigung kann sich der Torhüter nicht beklagen. Bloß weg mit dem, was wird sich der Torwart gedacht haben. Oh, da lässt er sich den Ball aber abnehmen. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich. Achtung, jetzt brennt's. Oh, das sieht schön aus. Das hat er gut gemacht. Und jetzt müssen sie hinten aufpassen. Und das war gut geklärt. Und nicht nur das, er leitet auch den nächsten Gegenantreffer ein. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul. Und das muss die gelbe Karte gehen. Und da war er im Zweikampf zu spät dran. Und die gelbe Karte ist verfasten. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Das ist der Sieg. Und es war eine gute, eine souveräne Vorstellung. Und so können sie jetzt zuversichtlich ins Finale gehen. Und so kann sie nicht mit aufpassen. Um weh und meine Familie Maryland zu fahren. Und das hat sie dann noch mal an den Bildschirm. maken haben wir vom Bauss UV und Comics Funkschirmbrief drehen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich bin sehr gespannt, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klasse Stellungsspiel. Und das sieht gefährlich aus. Erste Hälfte, unentschieden, 1 zu 1. Also einen Aufreger hat es natürlich gegeben im ersten Durchgang, das war der Elfmeter. Schauen wir mal, wie das Team damit umgeht im zweiten Durchgang. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, das war zu ungenau und davon hat der Abwehrspieler gleich profitiert. Ja, gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Erstklassiges Zuspiel. Ja, Schiedsrichter zeigt in Richtung Fahne, es gibt Eckball. Jetzt die Augen nur nach, auf den Ball gerichtet. Da war noch ein Verteidiger dran, deswegen Eckball. Also das war, nee, das war ein völlig missglückter Eckball. Der, das ist ja überhaupt kein Problem für den Abwehrspieler. Ja, da merkt man gleich die Technik. Hervorragend mit der Brust angenommen. Klasse. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Und jetzt geht er vorbei, jetzt ist er da. Und jetzt muss er schießen. So, den muss er jetzt rein machen. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Oh, der sitzt. Ja, das ist weltklasse Fußball. Was für ein Tor. So, und jetzt können Sie es erst mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Nach diesem Führungstor soll der Gegner noch mal kommen. Der Ball ist im Tor aus. Logische Folge, Abstoß. Als hätte der Kimmer und Korn im Schuh. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Kann er die Möglichkeit nutzen? So, jetzt warten Sie in der Mitte auf seine Hereingabe. Und warum haben Sie da hinten so geschlafen? Das wird sich Ihr Trainer auffragen. Aber bitte schön, das ist jetzt die Quittung, das ist der Ausgleich. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Also, dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, dass er jetzt endlich, endlich erzielt hat. Und dann kommt der Frischerspieler auf dem Feld, damit der zweite Nix war. Ja, das sieht gut aus. Gute Möglichkeit zum Flyknock. Also, das ist schon klasse, diese Abwehrarbeit. Und der Trainer ist hochzufrieden, wie seine Hintermannschaft steht. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, jetzt stellt er Ihnen vor Platz. Mit der roten Karte. Und ich glaube, da müssen wir noch nicht mal die Wiederholung abwarten. Das geht in Ordnung. Na, das jetzt könnte der Wendepunkt sein, dieser Platz verweist. Spieler machen sich warm, am Rande des Spielfelds. Und die Trainer hat sich jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Da, das geht immer hin und her hier. Jetzt wieder in die andere Richtung nach der Balleroberung. Ganz souverän. Ja, und jetzt spielen sie mit viel Druck nach vorne. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. Und damit ist das Kontingent erschöpft. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat. Und hat den Ball zurückerobert. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, und der ist noch im Spiel. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm, jenseits der Seiten ausliegen. Und so sieht eine sichere Faustabwehr eines Torhüters aus. Und das gehört zu seinen Spezialitäten. Präzise, lange Bälle. So, jetzt kommt er langsam in Position, um zu flanken. Ja, gut, wie er das gemacht hat. Und den Ball zunächst mal aus dem eigenen Strafraum geklärt hat. Also die Abseitsfalle funktioniert. Das kann man nicht anders sagen. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich Abseits? Ja, klasse Aktion. Ja, bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Und den langen Ball, den zirkelt er perfekt. Ja, für die Abwehr kann es Probleme geben, wenn er jetzt flankt. Und die Zuschauer können eigentlich zufrieden nach Hause gehen. Sie haben vier Tore gesehen. Schlussresultat 2 zu 2. Bis zum nächsten Mal. 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 Das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Und daraus könnte sich was entwickeln. Ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Das geht gelb. Zu harter Einsatz, sagt der Schiedsrichter. Das ist natürlich bitter, eine gelbe Karte zu so einem frühen Zeitpunkt in der Partie. Bloß weg mit dem, was wird sich der Torwart gedacht haben. Super Annahme hier. Ja, die Auftaktphase war noch nicht so viel Versprechen. Aber bitteschön, jetzt haben wir das erste Tor und keine 25 Minuten sind gespielt. Ja, das ist Weltklasse-Fußball. Was für ein Tor. Mensch, was für ein Einstand für den neuen Mann. Gleich im ersten Spiel ein Tor. Und ganz sicher das Zuspielen. Jetzt ist er fast durch. Hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich. Bringt den Ball gut unter Kontrolle. Der Ball streift am Pfosten vorbei. Schön mit der Brust angehalten. Schön gemacht. Und sie stehen immer noch kompakt. Sind nach wie vor konzentriert. Oh, da geht's ja bei einem Risiko ein, hinten in der Verteidigung. Auch wenn jetzt hier auf Abseits entschieden wurde. Auch wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? So, jetzt hat er Platz. Nutzer die Chance. Und er geht über die Linie. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. So, und beide Teams schenken sich hier gar nichts. Und die Partie ist wieder völlig offen. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Toller Kopfball. Ja, mit solchen Verzweiflungsschüssen lockt man den Kiefer nicht aus der Reserve. Ja, Torwart will kein Risiko angehen, klärt. So, Riesenmöglichkeit. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Ja, Schiedsrichter zeigt in Richtung Fahne. Es gibt Eckball. Ja, der Eckball muss viel schärfer kommen. So ist das Ganze natürlich überhaupt kein Problem für den Torwart. Flankt er jetzt. Und Achtung, die Flanke. Und das ist unglaublich. Das Stadion explodiert förmlich hier nach diesem Tor. Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Ja, und wie er die Möglichkeit ausgenutzt hat. Huda. Ja, das sieht der Trainer gern. Und das war schon toll, dieser Pass. Ja, knapp im Absatz. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich abseits? Ja. Völlig frei kann er sich da bewegen. Ja, und beide haben sich bei dieser Aktion verletzt. Das sieht man ganz deutlich. Gut gemacht. Klasse Zuspiel. Gut getimed und ganz genau. Ja, da ist er noch mal glimpflich davongekommen nach diesem brutalen Foul. Es gibt nur einen Freistoß. Warum? Um alles in der... Ja, und die Mauer ist goldrichtig postiert. Und jetzt müsste die Flanke kommen. So ein... Los, Schießjunge. Und der geht rein. Der ist hin. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Also wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen Spiel. Ja, leichtsinniger Ballverlust. Aber bitte davon profitiert dann halt die andere Mannschaft. Gute Kopfballtechnik. Ein wunderschöner Pass. Und so soll das aussehen. Und jetzt muss er schießen. Oh, das kann aber viel besser. Also bisher hat das heute besser ausgesehen, was die Chancenverwertung angeht. Ja, die erste Halbzeit ist vorbei und das Ergebnis ist schon recht eindeutig. 3 zu 1. Ja, beide Mannschaften spielen hier mit offenem Visier. Chancen hatten beide Teams zuhauf. Aber getroffen hat bis jetzt nur eine Mannschaft. Mal sehen, wie das in den zweiten 45 Minuten wird. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Das war ein richtiger Zuckerpass. Oh, das war der Pfosten. Aber da ist noch alles drin. Und der ist drin. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Na, einen besseren Einstand kann man sich doch nicht wünschen. Erstmals mitgespielt und gleich ins Tor getroffen. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Achtung, jetzt brennt's. Wunderschönes Tor. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Und so muss das sein. Nach einem Rückstand nicht die Nerven verlieren. Und cool bleiben. Und schon ist er da. Der Ausgleichstreffer. Und ein langer Ball genau auf den Mann. Freistoß. Wie willst du so einen Torwart mit so einem Ball in Verlegenheit bringen? Ja, bloß weg damit. Ja, da steht er völlig frei. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Und mit dem Kopf bereinigt er die Situation. Ja, das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Er sucht seine Chance. Oh, er trifft die Latte, aber er ist noch nicht vorbei. Und im Fußball passiert es immer wieder. Am Ende entscheiden manchmal ein paar Zentimeter. Und so auch hier. Tja, das hätte die Führung sein können. Schade eigentlich. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Jetzt hat er den Platz. Ah, mit den Fingerspitzen kommt er dann auch gerade. Und es gibt Ecke. Und er hat den Ball überhaupt nicht getroffen. Sieht man hier. Ja, und deshalb weit am Tor vorbei dieser Schuss. Ja, natürlich wollen sie hier in Führung gehen. Das ist doch ganz klar. Aber dann muss man schon anders schießen. Es ist ja unglaublich, wie der, die Abwehr da schwindlig spielt. Ah, der kommt da zu spät in den Zweikampf. Schlechtes Stahl. Das ist unfassbar, was der Torhüter. Und der Torhüter heute hält. Und ab geht's in die andere Richtung. Ja, und so setzt man natürlich die Abwehr arg unter Druck. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erliegen. Ja, aus einem Eckball kann man deutlich mehr machen. Einfach weg mit dem Ball. Ja, Freistoß nach dieser Grätsche. Auf den ersten Blick sah es sogar noch schlimmer aus, als es in Wirklichkeit war. Aber der Freistoß ist schon okay. Ja, das war klasse. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Das war mal ein mutiger Distanzfest. Und der geht rein. Und der geht rein. Und das ist jetzt hier der Auslöser für den grenzenlosen Jubel auf den Tribünen. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Jetzt hat der Trainer einige Umstellungen vorgenommen. Ja, sowas nennt man Joker. Kurz nach seiner Einwechslung erzielt er das Tor. Ja, da hat die Verteidigung aber geschlafen. So, das geht jetzt mehr. Das war richtig klar. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. So, das ist jetzt für den Angriff eine gute Ausgangsposition. Und der Mann, der da fährt, jetzt die Augen nur nach auf den Ball gerichtet. Nur raus aus den 16er mit dem Ball. Um Himmels Willen raus. Genau richtig gesehen. Ja, worauf wartet der eigentlich noch? Könnte jetzt flanken. Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben den Ball. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Und jetzt heißt es Abwehr aufgepasst. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Wenn man das Foul in der Zeitmitte sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zucken müssen. Es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da... So, jetzt wird es gefährlich. Und jetzt muss er raus. Der Torwart hat dem Stürmer im letzten Augenblick den Ball noch vom Fuß gespitzelt. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. So, die Spieler wärmen sich am Rand des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Schöner Pass. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Oh, das war... Oh, da zittert die Latte. Mein lieber Mann. Und jetzt haben sie die Torwart gegeben. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. So, das Spiel ist zu Ende und der Meister steht fest. Sie haben dieses Spiel gewonnen und sie haben vor allen Dingen auch den ersten Platz gewonnen. Der Schiedsrichter pfeift ab und das war eine miserable Vorstellung. Da gibt es überhaupt nichts schön zu reden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020